Hallo Leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Mutti und herzlich willkommen zu einer Runde QSG oder zu 2-3 Runden QSG. Wir gehen einfach mal rein und mal sehen wie die Runde wird. So und jetzt frag ich doch eigentlich Ja Mutti, warum spielst du einen QSG? Du bist doch ganz scheiss da drin. Aruna? Ne. Ich bin einfach in der QSG spielen. Ich habe gerade richtig Bock drauf. Ich nehme das ganze ja direkt nach dem Stream auf. Und wir haben im Stream QSG gespielt bzw. QSG geübt habe ich da ein wenig. Und ich muss schon sagen, ich bin gar nicht so schlecht da drin. Ja und ich habe schon so den ein oder anderen Kill gemacht. Und ich meine ich habe jetzt auch ein bisschen gelernt wie man Block hittet in der 1.8, weil es ja anscheinend möglich ist. So und jetzt lächst du ja gerade ein wenig. Okay. Gut, dann hätten wir schon mal. Der hatte nichts, der kam einfach zu mir, weil er Bock hatte glaube ich. Ich weiß nicht. Gut. Mal sehen. Auf jeden Fall. Oh, wow, wow. Auf jeden Fall wollte ich ein bisschen über Varro reden. Allgemein halt. Weil ähm, jetzt gibt es ja ein paar, äh, Varro Projekte. In denen ich vielleicht oder im einen oder anderen wo ich vielleicht dabei sein werde. Der hat noch einer Bärzen. Brauch nicht. Ähm. Ja und so gibt es, äh, werde ich in einem Stream Varro dabei sein. Mit verschiedenen Streamern unter anderem sind da dabei. Blu-Gazer, Revierkeule, Luffy, Vantrixx, Koffbro, glaube ich. Ähm, MrCockTV ist auch dabei. Ähm, auch einige mehr, die ich jetzt vielleicht nicht aufgezählt habe. Ich weiss jetzt gar nicht. Ich hoffe, ich habe alle erwähnt. Auf jeden Fall, ähm, ja, gibt es, wenn wir bald mal so ein, so eine Runde Varro spielen im Stream. Und ich bin auch richtig gespannt drauf, weil, ähm, ja, ich weiss nicht wie das so wird. Auf jeden Fall, äh, gibt es auch auf YouTube, ähm, eine Runde Varro oder so, ja. Ein Varro-Projekt, wo ich eingeladen wurde. Und da werde ich teamen mit dem, äh, Lucky, mit dem, äh, DE-Lucky besser gesagt. Äh, ich glaube, man schwirchen zu aus. Ähm, auch ein Dude, der sehr, sehr chillig, äh, drauf ist immer. Und mit dem, äh, ja, und wir kennen uns auch schon relativ lange. Und deshalb habe ich mit dem teamen. So, und den habe ich gerade übelst abgestaubt. So, und da hat es geleckt anscheinend. Okay, alles klar. Nächste Runde. Beste Runde. Ich weiss nicht, also, ich mein, ich mach Kills, ich mach Kills. Und damit kann man zufrieden sein. Meins ist natürlich, auch ins Deathmash zu kommen. Ah, man sieht. Man sieht. Ich kann sagen, ich bin anfangen zu noch ein oder zwei Runden. Um zu sehen, wie's geht. Also, man kann ja auf jeden Fall Block Kick den 1,8. Und wenn man's kann, dann ist es okay auf jeden Fall. Das muss ich auch sagen. So, okay. Ich brauch kein Schwert, ich brauch kein Schwert, ich brauch keine Waffe. Ich darf das auch empfehlen, jetzt gerade hier hoch zu laufen. Weil, ja, ich, ich kenn mich nicht allzu gut aus auf dieser Map. Auf diesem Ziba Tower ist das gar nicht. Oder wie heisst die? Keine Ahnung. Ich hab's eh gar nicht gesehen. Es wäre eigentlich auch noch geil beim Scoreboard. Ähm, wenn man da halt recht sehen würde, welche Map man spielt. Oh, fuck! Und das war gerade ein übelster Fehler von mir. Zuerst mal mit dem Bus zu schlagen. Aber, okay, na. Es geht auch so ein bisschen darum. Ich hab ja, ich hab's ja noch nie gesagt auf, ähm, YouTube. Ähm, ich hätte wahrscheinlich in den Sommerferien einen Ferienjob hatten. Also, ist bisher noch nicht klar. Weil eigentlich sollte ich schon eine Antwort erhalten haben. Aber sie geben mir einfach keine Antwort. Und mir wurde eigentlich gesagt, ja, ich kriege sowieso eine Antwort. Egal, ähm, ob ich angenommen werde oder nicht. Und ja, bisher kam halt diese Antwort nicht. Und deshalb bin ich da ein bisschen unentschlossen, was ich tun soll. Und ne, mein Lieber, ich hör doch nicht hin mit dir. Was soll das? Ey! Sorry! Ich kenn dich nicht. Wenn ich jetzt genau wüsste, dass das ein Abonnent von mir wäre, dann wäre ich eigentlich schon... Nein, nein, es ist nicht mehr so gut. Und dann so. Sonst könnten mir die Zuschauer von mir noch mich reporten am Ende. Keine Sicht. Spass. So, hier ist so viel. Oh, da kann man gar nicht durch. So, dann werden wir mich eh killen. Oh, ich weiss nicht. Ah, jetzt legt es wieder! Ich weiss nicht, ob es... Ich weiss eben nicht, ob ich lege. Aber eigentlich ist es noch nicht. Ich lege ihn. Mal sehen. Ob ich lege. Warum lege ich auf einmal? Wenn ich mir das Zimmer nicht gelegt habe, jetzt schon. WTF. WTF. Okay, Leute. Ich schau mal, ob ich noch ein paar gute Runden zusammen kriege. Auch ohne Legs vielleicht. Achso, eine Gommenschein zu legen. Und jetzt ist Gommedown oder wie? Ne, doch nicht. Ah, das weiss nicht. Wahnsinn. Eine... Irgendwie so einfach mal ein Ziel ist, irgendwie einfach noch ins Zephes zu kommen. Und vielleicht einfach auch mal ein bisschen defensiver zu spielen. Das muss ich einfach mal zum Ziel setzen. So. Okay. Die NT nehme ich jetzt einfach mal nicht mit. Weil ich einfach Leute killen möchte. Das ist mein Ziel in QSG. Ja, Leute zu töten. So. Tschüss. Und du staust mich natürlich ab. Alter. Ohne Spass. Äh, QSG ist so ein scheiss Abstauber-Game, Mann. Also, ich weiss echt nicht ob es bei mir leckt oder ob es... oder wer das Problem ist. Also, ein 30er Ping. Also, von so einem Ping soll man eigentlich ja nicht lecken. Eure Sicht. Ja, das anders ist jetzt die letzte Runde. Außer der Stream ist schlecht. Dann könnte man auch noch mal eine hinten dran hängen. Da auch keine Waffe. Laue meine Maus mal wieder. Die will man irgendwo anders hin. Wieder an sich will. Eigentlich. Okay, gut. Na, ihr könnt an meine Maus aus den Streams. Wie die so ungefähr ist. Sagt man euch einfach... Ja, ne. Ich will jetzt, äh... Ich will jetzt in eine andere Richtung gehen. Ich will jetzt nicht da hin. So. Da wären wir dir auf Jazzblade gewesen. Okay. Wir können uns auch gerne noch schnell gönnen. So, man sehen. Da will ich sein. Können wir den killen? Ein Steinschwert. Und eine Angel. LoL! Ich habe einfach schon ein halbes Herz wieder! WTF! Ich habe jetzt wahrscheinlich genau falsch geblockiert. Und das war so klar, dass wir mir abstaunt. Oh komm! Eine Runde werde ich jetzt einfach noch schaffen, Mann. Eine Runde mache ich jetzt noch. So. Skytown. Ansehen. Achso, das ist diese Map. Okay. Gut, auf jeden Fall, ehrlich. Mein Ziel ist es. Ich sage es ja immer wieder. Übung macht den Meister. Wenn man nicht übt. QSG oder irgendetwas. Dann wird man darin auch nie gut werden. Und das ist einfach sowas. Was ich mir persönlich einfach gesagt habe. Ja, du spinnst jetzt QSG und du bist einfach gut darin. So. Und der da hinten, wo du jetzt knallhart abstauben. Hab ich aber schon gesehen. Ich möchte jetzt sicher mir den hier oben holen. Und dieses scheiss Gas nervt auch ein wenig. Oh Mann, hätte der nicht runterspielen können? Und jetzt wurde er zurückgepackt. Gut. GG. Und der hat fast keine Rüstung. Oh, er ist runtergespunnen also doch. Okay. Okay. Ja gut. Jetzt kriegt aber der mich. Okay. Ich habe übrigens meine Mausempfindlichkeit hochgestimmt. Ist jetzt 111 im Moment. Wurde mir auch empfohlen vom Luke04. Dass das man tun sollte. Ich weiss nicht. Vielleicht bringt es ja echt was. Aber ich bin nicht sicher. Okay. Gut. Letzte Runde würde ich sagen. Letzte Runde. Wer sich meine Stats anschauen möchte. Ich kann es ja tun. Meine KD ist immer so 0,63. Weil ich einfach. Fast immer einen Kill mache. Aber nicht jede Runde. Also ja. Grundsätzlich jede zweite Runde ein Kill heisst das. Äh. Mann. Jetzt habe ich gerade ziemlich gefehlt mit meinen Hotkeys. Sorry dafür. So. Und der springt erstmal runter. Und du hier. Okay. Der springt auch erstmal runter. Da können wir eventuell abstauben. Dann. Jo. Haha. Sorry. LOL. Der auch noch. Okay. Sorry. Das war jetzt wirklich abgestaubt. Tut mir leid auf jeden Fall. Grundsätzlich staue ich auch nicht gerne ab. Oder ich hasse Abstauben auch. Okay. Muss jetzt sein. So. Kommt. Mal sehen ob der Blockhitten was bringt. Okay. Es laggt. Alter. LOL. Haha. Okay. Jetzt habe ich die lags ausgenutzt. Also gut. Ich sage jetzt einfach jedes Mal. So jetzt ist die letzte Runde. Für heute. Und dann wird es wahrscheinlich genau gut. So ist das. Also man sehen da unten ist jemand. Ich möchte jetzt aber nicht da runter springen. Ich merke auch nicht dass es irgendwas bringt. So. Hat der noch irgendwas gutes? Ne gar nicht. Auf jeden Fall nichts besseres. Also gute Sachen schon auch nicht unbedingt bessere Sachen. So. Können wir den hier kriegen? Ja können wir. Tschüss. Machs gut. Können wir schon einen schönen Flug noch. Und dann können wir vielleicht den hier hinten holen. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Toll euch hatten auch noch gekriegt. Fünf kills in der Runde. Holy shit. Fünf kills einfach. Oder ist alle einfach runter gesprungen. Das könnte doch auch sein. Ne schlechte Runde auf jeden Fall. Letzte Runde. Beste Runde würde ich mal sagen. Lassen Sie viel. Positive Bewertung da. Wenn es euch gefallen hat das Video. Und ja. Ich würde mich über ein paar Kommentare freuen. Denn ja. Wer. Viele Kommentare schreibt. Der darf auf den. Server. Also was. Was. Was schreibe ich die Leute eigentlich immer an? Ich verstehe sie. Egal Leute. Macht's gut. Peace out. Das haben wir gemacht. Pro 소�ère oder einen Film dai zu. Verkaufeln durch. Auf jeden Fall. IchLeute. Nachher. Ich hab nie Cola. Ja Tabii. Ich werde mich bei Xbox vidéos. Alle вещи bar音ellen.